Der Deseo ist wie der Drevelino ein Wohnwagen, der mit der neuartigen Glasfaser-Rahmentechnik gebaut wird. Clou ist die gigantische Heckklappe, die ungeahnte Transportmöglichkeiten erlaubt. Das Besondere an der Heckklappe ist die besonders automotive Ausführung, die speziell mit unserem Fiberframe natürlich möglich ist. Das heißt, in einer herkömmlichen Bauweise werden Sie nie so eine automotive Heckklappe integrieren können. Die wesentlich wichtigere Funktion? Die Heckklappe eröffnet praktische und großzügige Zulademöglichkeiten. Die modulare Bauweise der verschiebbaren und herausnehmbaren Möbel schafft nämlich Platz für bis zu zwei Motorräder, die über eine Rampe eingeladen und festgezurrt werden können. Weitere Vorteile des Deseo? Die wohnliche Ausführung und der stabile Aufbau vom Fahrzeug. Das heißt, ich habe wirklich einen Wohnanhänger, der auch als solches genutzt werden kann. Und so sieht es innen aus. Die Küche ist im Bug eingebaut, mit kleiner Arbeitsfläche und der Möglichkeit einer Mini-Kaffeemaschine. An den Seiten finden sich verschiebbare Stauschränke und hinten rechts ein großer Kleiderschrank. Stauraum ist also genug vorhanden. Herzstück des Deseo bleibt seine Wandlungsfähigkeit. Die Sitzgruppe für bis zu fünf Personen kann in wenigen Schritten zum Bett umgebaut werden. Maße 1,40 Meter mal 2 Meter. Sollten mehr Leute mitreisen, kann auch das Hubbett heruntergelassen werden. Fertig ist der Schlafplatz für die gesamte Familie. Optional gibt es auch hier und da ein Schmankerl, wie das ausfahrbare TV-Gerät. Fehlt noch das Duschbad mit Banktoilette, Schrank und dem obligatorischen Waschbecken. Fazit Knaus Deseo Transport und Wohnwagen in einem Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017